Hallo und Herzen, willkommen zurück, Leute, mein Name ist ein cooles Projekt, das ist ein kleines Indie-Projekt, das ist eine Demo. Vielen Dank an die liebe Franzi, die mir dieses Spiel geraten hat. Ich hatte das davor schon bei anderen Let's Playern gesehen, nicht jetzt von PewDiePie, auch wenn es der hat. Aber ich danke der Franziska auch nochmal dafür. Ich habe mir überlegt, ich spiele es einfach auch, weil es sieht sehr cool aus. Ich kenne nichts über das Spiel und ich kam das davor auch schon, ist aber erst kurz rausgekommen. Also ich habe es genau gestern erst kennengelernt, also eigentlich vorgestern, wenn es heute sieht. So, auf jeden Fall, ich wollte mal sagen, you game, selekamer-Profil, enter name, kaputzen, boom, so ein Zufall. Oder ne, ich nehme nur kaputzen, ja okay, das ist okay, kaputzen, ja ist okay, okay. Klick, das klingt wie ein Fotoapparat. Ist das eine Anspielung? Aber was ich weiß, das ist eine Demo. Und das ist ein neues Horror-Game, wo ich nichts drüber weiß. Oh, das klingt wie ein Handy. Hallo? 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 Oh, fuck dich doch, Scheiße. Oh, das ist ein Scharkerstuhl. Oh, oh, das ist laut. Oh, das ist laut. Oh, das ist aber laut. Oh, okay. Es ist laut. Das heißt, ich erschrecke mich lauter als sonst. Ist nur gut für euch. Für mich nicht. Für mein Herz auch nicht. Weil mein Herz ist eh schon so... So eine eingetrocknete Zwetschge. Oh, das bin ich? Oh, oh, oh. Oh, what the fuck? Das sieht wohl gut aus. Oh, warte, da ist nicht ein Handy. Hallo? An hinten liegt das. Kann ich laufen? Ja, ich kann laufen auch. Okay, okay. All right. Was ist das? Ein Bett? Aha. Oh, man. Die Mauer-Sensitiv. Kann man die irgendwo hochstellen? Äh, nee. Kann man nicht. Alles klar. Gut. Okay. Warum soll der, Mann? Das ist... Ah, okay. Jetzt geht's. Äh, was ist das? Was hängt da? Das sieht aus wie Spaghetti. Äh. Oh, was ist das da? Da liegt was. Ein Handy. Das sehe ich. Ehe. Ich habe ein Handy. Warte mal, jetzt nehme ich ab. Wer ist das? Ira? Ira? 628-180. Hey, Linda. Was hat dir so lange, zu holen? Wo sind Sie? Sind Sie all right? Ich werde sterben, zu warten, um dich hier zu kommen. Danke Gott, Linda. Was hat mich zu holen? Wo sind Sie? All right? Ich werde sterben, zu warten. Ich werde sterben. Wir sind alle sterben. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Oh, das Spiel ist gut. Das Spiel ist gut. Oh, das Spiel ist gut, Leute. Das Spiel ist gut. Oh, vielleicht zu gut. Okay, wir machen da auf. Oh, hallo. Hallo. Ich weiß nicht, wer das ist, aber wir hätten Sie verschwindet gleich. Hallo? Hallo? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich kenne es mir. Oh, ich habe Koffe. Ein Aspirin. Oh, gib mir ein Aspirin. Oh, jetzt ist es dunkel. Ich sehe einen Scheißdreck. Ich sehe nichts. Ich sehe Nüsse. Oh, was ist da nix? Okay, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Oh, shit, da kommt der jetzt aus von rechts, oder? Bleibe stehen. Ich habe mein Fotoapparat. Und ich halte... Oh, was ist da? Oh, wo bin ich hier? Also, die Karibik ist es nicht. Die Karibik ist es nicht, nein. Aber... Obwohl, könnte auch sein. Was ist mit Leertaste passiert? Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, das ist ein langer Gang. What the fuck? Oh, da passiert doch was. Wettbewerd springt was ins Gesicht. Oh, oh, warte, da ist ein Gesicht. Oh, hallo. Hallo. Hallo, ich bin die Neue da. Ich hätte gerne einen Reiseführer. Oh, was ist das? Oh, ein Spielplatz. Also, normalerweise ist es doch typisch, dass wenn wir in ein fremdes Urlaubsland kommen, dass zumindest ein Reiseführer... Oh, 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 oh. Was war das jetzt? Oh, normalerweise... Oh, fuck, da ist der Reiseführer, Frau Meier. Frau Meiers Game. Oh, normalerweise wollte ich... Oh, die Hand. Ich habe eine Hand. Die sieht aus wie einer von einer 90-Jährigen. Oh, Mädchen. So eine schöne Scream-Tätin. Der gut tut. Oh, okay. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Genau. Ich bin es gewohnt, dass zumindest ein Reiseführer sagt, wo ich bin. Und ich nicht mehr... Oh, da kommt doch wer. Oh, shit. Ich habe keine Lust, das Spiel zu spielen. Das hat sich schnell geändert. Am Anfang sah es gut aus. Und jetzt ist es mittlerweile... Hallo, Frau Meier. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Oh, das ist creepy. Also ich sehe nur die durch den Fotoapparat. Erinnert mich ein bisschen an Product Zero. Kann ich durch? Nee, ich kann nur so. Okay, ich laufe. Oh, Spaghetti-Nudeln von der... Kann ich hier nicht durch? Oh. Oh, das ist creepy. Was ist das für ein Ding? Schaut mal her. Ich habe da so ein blaues Ding da oben. Was ist das für ein Shit? Ist das aber so ein Kackeis, der da ist? Oh, Mann, ich habe Angst. Oh, warte mal hier. Warte, jetzt ist das wieder weg. Das kommt nicht immer, wenn ich dort hingehe. Da ist das vor dem Staat, das Steiermark. Äh, Dänemark heißt es ja. Ähm. Ja, wie komme ich da durch? Hallo. Hallo. Ich bin ein Urlauber. Warte mal, da? Da war es eine versteckte Wand. Hallo? Oh. Ja, wer weiß denn das? Also, ich wusste es nicht. Oh. Okay. Okay. Ich habe mich genug erschreckt. Es könnte... Man könnte jetzt schon aufhören. Also, ich habe genug Angst. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft, okay? Jetzt können wir... Wir können es auch schon wieder lassen. Aber still sagen... Masuk. Heißt, ich liebe dich... auf Portugiesisch. Nee, keine Ahnung. Oh, das geht wie eine fette Spinne. Was ist das für ein Ding? Verpiss dich. Was ist... Geh weg! Was ist das für ein Ding? Ah! 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 Geh! So, du Kackgeist, ha? Oh! Ist er verschwunden? Also, wenn ich... Wenn ich fotografiere, verschwinden diese Schweine. Ha? Okay. Aber der hat mir wenigstens nicht getan. Da war ja vorher so eine komische Frau da. Ich glaube, die wollte mir ans Höschen. Ich glaube, die wollte mir ganz sicher ans Höschen. Hallo? Kann ich da was machen? Nein, nein. Ich habe den Käfer wegfotografiert. Ich hätte die Pumpgun genommen. Ich hätte den... Seinen Käferarsch weggeschossen. Kann ich da durch? Okay, ich kann durch. Oh, shit. Ah! Oh! Oh, ein tolles Spiel! Oh, scheiß Spiel! Danke, Franzi! Oh! Oh, fuck! Oh, hallo! Oh, ein Fernseher! Können wir nicht Fernsehschauen? Ich würde jetzt viel lieber Drake mal schauen oder so. Jetzt springt die Lampe, das weiß ich. Hallo? Hallo? Okay. Ich dachte, die Lampe springt. Das hätte... Jetzt in Horror-Game hätte das gepasst. Wundervoll! Wundervoll hätte das... Oh, sch... Ah, das ist so groß. Oh, das ist scheiße. Ah, komm, wir werden ein paar Zucker geben. Hallo? Hallo, Mr. Geist. Sie haben ihre Haare verloren. Oder das ist die Spaghetti-Köchin. Das ist die Spaghetti-Köchin! Oh, ich hab einen super Aussagen-Namen für die. Spaghetti-Köchin, weißer Geist. Nein, Spaghetti-Köchin, Frau Meier. Hä? Aber Frau Meier kommt sowieso nicht ran. Da fehlt dir noch einiges an Schönheit. Hä? Nur weil du eine weiße Rohwahl hast. Das imponiert mich nicht. Eine dicke Tete... Naja, hätt's mehr getan. Okay, wir gehen so. Wir gehen so. Hallo? Mr. Geist? Kann ich durch? Äh, nope? Was ist da hinten? Da ist ein Teddybär! Let the Teddybär! Fuck you! Okay, ich hab genug. Mr. Teddybär! Was machst du da? Ich heil' dir so ab! Hahaha! Ja, und jetzt? Mr. Teddybär! Sie sind nicht der Foto gehen! Oh! Oh, zeig' mir mal! Mach dein schönstes Gesicht! Das war alles! Bäh! Du bist kein Fotomodel! Nicht in mein Haus! Not on my watch, bitch! Ich geh' wieder! Tschüss! Tschüss! Ich melz' doch nicht! Püße! Okay, geh' her! Geh' her! Geh' her! You! What are you doing here? Ich fotografiere tote Teddybär! Was ist einfach eine scheiß Frage? Äh, Who are you? You're not my friend! I don't know, but we have to get out of here! Äh, I don't know! But we have to get out of here! Okay! Okay, ich verpiss' mich! So! Zeig' mir nur den Weg, okay? Alles klar? Okay! Hey, bleib' stehen! Bleib' stehen! Bleib' stehen! Bleib' stehen! Oh, Mann! Sie ist wieder weg! Hallo! Hast du'n Knall? Ich bin ja neu! Ich weiß den Weg noch nicht da rauf! Hast du... Ja, natürlich da rauf! Oh! Okay! Okay, ich geh' rauf! I'm on my way! 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 Hallo! Okay, hier ist nur weiter dunkel! Sonst ist ja nix! Hallo! Oh, die blöde Kuh! Immer laufen alle weg von mir! Das ist ne Katze! Oh! Hallo! So sieht meine auch aus! Hey! Hallo! Was ist mit dir? Ich nenne dich Mokku! Du bist der Mokku! Mokku! Geh' schon vor! Mokku! Du gibst mir dein Econ! Okay? Mokku! Mokku, wo sind wir hier? Mokku! 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 Was ist mit dir? Ich hab' nichts zu essen! Jetzt ehrlich! Ich hab' nichts zu essen! Aber okay! Mokku, kommst du mit? Mokku! Komm mit! Mokku! Pst! Komm her! Mokku! Hey! Mokku! Mokku, Mokku, Mokku! Mokku! Hey, nicht hinter die Tür, Mann! Oh, Mokku! Och! Was ist mit dir? Komm her jetzt! Da bin ich! Mokku! Achso, ja! Also er folgt mir, wenn ich ihn fotografiere! Ha! Mokku will fotografiert werden! Alles klar! Kein Wolle! Kein Wolle! Ich bin da! Ich bin da! Mokku, viel Spaß mit PC-Spielen! Ich geh! Ich geh' wieder! Mokku! Der ist mein Katzenkistel hier oder so! So Katzenklo! Arme Mokku! Muss auf den Boden scheißen! Ich finde, jede Katze sollte ein Katzenklo haben! Oh! Holy Moly! Wenn ich mich hätte geschreckt! Oh, da bist du, du Pfeife! Oh! Bitch! Mach mir Endsend! Bitch! Die Tür ist zu! Nice ass! Oh! Hallo! Ich hab dich im Auge! Ah! 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 Egel. Ich bin im Himmel. Danke. Endlich ist es vorbei. Keine Ohrengäbens mehr. I'm on my way. What the fuck? Kommt diese... Trau niemals einer Frau. Trau niemals einer Frau. Die sagen, komm mit mir. Ich zeig dir was. Und dann? Dann wirst du blöd angelacht und bist tot. Jetzt bin ich im Himmel. So schlecht kann es gehen, Leute. Alle Frauen sind so. Alle. Wirst du angeschissen. Außer Frau Meier. Aber sonst. Okay, wo sind wir hier? Ich laufe. Ich laufe zu meinen Engeln. Ich bin im Himmel. Oh, fuck you. Fuck you. Ich bin endlich weg. Ich bin out of here. Hä? Wo bin ich? Oh, fuck. Ich habe mir gedacht, das ist... Ich... Ich bin nicht bereit dafür. Moku! 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 Oh, fuck. Ich dachte, ich bin im Himmel. Ich dachte, ich bin mit der Scheiße fertig. Ich bin... Ich dachte, ich bin wirklich mit der Scheiße fertig. Moku! Moku! Moku, bist du das? Hast du das Lachen gelernt? Moku! Moku, ich komme zu dir. Moku, wir scheißen drauf. Wir brennen durch. Nur wir beide. Moku! Moku! Oh, diese bitch hat Moku mitgenommen. Gib mir meinen Moku wieder. Hä? Ich habe sie wachs von dir? Du hast mir meinen Moku gestohlen. Denkst du, no mercy. Ich werde dir das letzte... Ich werde dich ausknipsen, wortwörtlich. Moku! Oh, da bist du wieder, du bitch! Was ist los mit dir? I can't leave this place. You're the only one who can get out of this place. Ja, ja. You're the only one who can get out of this place. Wo war dein Schlüssel? Folge mir. Wir machen's zusammen. To the main door. Fuck, wo ist das? Wo war das nochmal? Okay. 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 Okay, bitch. Ich bin raus, ja. Und die lacht aber noch immer so. Oh, die lacht, die hat aber einen guten Witz gehört, wenn die so lange lacht, hey. Wart mal, ist hier der Ausgang? Oh, ja, da. Das Lachen kommt natürlich von dort. Oh, was ist das für ein Witz, den die so lange unterhaltsam finden? Ehrlich, Leute, gebt mir diesen Witz, wenn der so lustig ist. Ich möchte ihn hören. Okay, ich geh zu ihr. Das Lach kommt davon da. Muckoo! Da ist sie. Da ist sie. Release die Kraken! Hör, bitch! Wer lacht jetzt? Hör, bitch! Ich lach dich aus! Hör! Komm her, jetzt lach mich an! Lach mich an! Zeig mir die... Hör! Ah! Ich habe keine Angst. Ich bin Profis-Votograf. Herr Heidiklum ist ein Scheiß gegen dich, gell? Das würdest du gerne hören. Aber du bist hässlich wie die war, zum Arsch von Dominik! Schrei mich noch einmal an und ich furze dir ins Gesicht. Okay. So, wo kann ich jetzt raus? Just saying, Dominik hat keine Wart am Arsch. So bevor, als würde ich hier wieder... Oh, Moku! Moku! Ich lach... Oh, wo ist die Bitch? Oh, sie ist weg! Okay. Oh, Moku! Alles klar! Wir haben sie überstanden, Moku! So, jetzt gehen wir wieder schlafen! Ich habe den Schlüssel, Alter! Aber wohin? Wohin? Oh, fuck! Ich habe so Angst, Mann! Moku, komm nach! Moku, wir machen das! So, ich habe die Bitch fotografiert jetzt! Remodel-Fotos kann die... Ist da noch wer? Wieder auf einmal so laut hier! Ja, wie komme ich jetzt raus? Wo waren diese blöde Kacktür? Warum muss ich schon wieder zu der blöden Kuh? Oder kann ich da durch? Ne, auch nicht! Also, die Lach... Äh, die Weine, das ist wieder die Blöde! Hallo? Du, ich habe den Weg nicht gefunden! Ich bin zu blöd für dieses Spiel! Hallo, Mädchen! Ich habe sie ausgeknipst! Ehrlich! Wir können gehen! Hier durch! Ne! Aber war aber schon richtig, glaube ich! Wo ist mein Moku wieder? Warte mal, kann ich da durch? Ah! Ah! Wir sind draußen! What the fuck! Oh, da ist ein Friedhof! Das ist nicht gerade die Art von Empfangskomitee, die ich mir vorgestellt hätte! Okay! Was ist mein Friedhof? Ich werde das für den Funglodten! Ich werde das nicht aufzeichen! Ich werde das nicht aufzeichen! Ich werde das nicht aufzeichen! Oh, hübsch. Ah! Oh, warum muss ich laufen? Doe mir nichts. Okay. What the fuck muss ich tun, man? Ah! Hallo? Da ist der Typ, der hängt da. Und da sind die Kerzen. Und eine brennt und die andere nicht. Geh wieder zurück. Ich geh zurück. Hab kein gutes Gefühl dabei. Weil die Musik so laut ist. Hallo? Ich bin der Neue. Warum bin ich am Friedhof? Ich bin behindert. Ich möchte nicht am Friedhof sein. Ich hab aber auch irgendwie ein Scheißgefühl dabei. Weil ich glaub nicht, dass es richtig ist. Oder? What the fuck ist das Shit? Oh, 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 oh. Pick dis. Pick dis. Oh, ich knipse dir die Scheiße aus den Kopf raus. Oh, du wirst es niemals zu einem Model schaffen. Die Tasche muss lebendig sein. Oder wird Bruce gesagt? Die Tasche muss lebendig sein. Oder irgendwie so. Wenn man eine Handtasche hat. Die muss auch lebendig sein. Die Tasche muss irgendwas mit der Tasche. Die Tasche. Die hat aber eine Machete, das ist keine Tasche. Oh, 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 oh. Oh, er ist tot. Bitch, wie gefällt dir das? Hä? Hä? Noch irgendwas? Noch irgendein Boss? Oh, da hinten ist ja noch einer. Oh, ich knipse dir die Kacke raus. Ich sag's, Heidi Klum. Ich sag's, Heidi Klum. Du hast heute nicht deine Heilsans aus. Du hast nicht deine Heilsans. Wem rede ich? Ich sag's, Dominik. Das reicht doch auch schon. Komm. Bring it on. Bring it on. Oh, jetzt endlich? Oh, ich bin doch nicht fertig mit dir. Du bist doch nicht fertig. Das Fotoshooting hat gerade erst begonnen, Mister. Hä? Gerade erst begonnen. Ja? Und einmal noch. Mach dein... Zeig die Schokoladenseite. Zeig die Schokoladenseite. Uh. Uh. Das waren aber zwei. Kann das sein? Weil es waren noch nur zwei Kerzen. Äh, drei Kerzen. Und kann das sein, dass es jetzt fertig ist? Ich geh wieder zu den Typen, weil der sah genauso aus. Hä? Die Handtasche muss lebendig sein. Schau. Also, Jamie nicht gestoppen und hat vor 10 Jahren auch was gebraucht. So, Mister. Hä? Are you not entertained? Are you not entertained? Okay. Entertain ich wahrscheinlich nicht so. So, und jetzt? Was ist mit dir? Klick. Oh, die Kerzen leuchten. Klick. Hallo. Aber warte mal. Jetzt. Jetzt. Oh. Oh, Pete. Geschafft. Oh. Oh. Oh, Pete. Das hab ich geträumt? Oh, ich hab aber auch scheiß Träume. Ganz ehrlich. Oh, das ist sie. Das ist sie. Oh, wir fahren gerade zu diesem geilen Ferienhaus hin, wo ich gerade reingelaufen wollte Oh, 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 nee, 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 nee Ich drehe wieder um To be continued, Leute, das war nämlich nur eine Demo So, ich werde jetzt dem blöden Taxifahrer sagen, dass er umdrehen soll, weil ich keine Lust auf diese Scheiße habe Exklusiv, boah Also Leute, wenn es euch gefallen hat, dann, äh, geht mal in der Woche mit Franzis, es wurde einen wunderschönen Tag Äh, danke, äh, Franziska für, äh, den tollen Vorschlag, äh, mehr Vorschläge hätte ich sehr, sehr gerne Würde mich sehr freuen, wer die, wer noch so cool im Regen kennt Und so hat es schon wirklich wunderschönen Tag, wenn es sich bei der nächsten Folge ist, Leute 3, 2, 1, ciao Vielleicht zurück Da draußen ist dieses Ding Ich muss